Und ihr wart zu viert zum Start. Zu viert, ja genau. Und habt direkt jeder 100% in irgendeiner kleinen Klitsche versucht, das Ding irgendwie hinzubekommen. Wie war das? Lukas, Erik haben noch doktoriert oder fertig doktoriert die letzten Monate, ich weiss auch nicht mehr. Wir bekamen dann ein Pioneer Fellowship von der ETH. Das waren 150.000 Franken non-dilutive, kleine Anstellungsverträge über die ETH. Das hat das Ganze erstmal finanziell in Gang gebracht? Genau, also wir mussten uns da das Minimum ausbezahlen. Eigentlich wollten wir das gar nicht unbedingt, aber das war halt so eine Anforderung, dass man angestellt ist an der ETH. Das gegebenenfalls Patente, die man wieder an dieser Zeit macht hat, der ETH. Genau. Nea, das Pioneer Fellowship von der ETH war extrem wichtig für uns, um den Zugang zu bekommen für die Maschinen, für die Labs. Wir haben dann einfach angefangen zu produzieren drauf. Und gemerkt, das Produkt kommt zu gut an, dass wir es halt auch wie mitverkaufen. Wir haben dann einen externen Berater gehabt, der uns auch gesagt hat, hey, die Produktion stimmt so, da seid ihr safe, das so zu verkaufen. Wir mussten uns noch selber überzeugen, dass das Produkt auch gut genug ist. Wir waren viel an so Startup-Events, wo halt jeder dir sagt, mega geil und jeder checkt so ein bisschen, hey, we have a protein problem. Also ihr macht genau das Richtige. Aber es ist halt eine Bubble. Es ist eine Bubble, genau. Es ist nicht der Massenmord. Wir haben dann so einen Kasten gebaut, wo du ja, nein drücken konntest. Ob das schmeckt. Oder das war das Digitale. Genau, das war das Digitale. Hey, mega dankbar, dass wir machen konnten, weil da haben wir irgendwie 200 Portionen verteilt, Curry gekocht an der ETH, vier Stunden lang Curry verteilt. Also planted chicken irgendwie. Und drei Leute haben nein gestimmt. Zwei davon waren ein Veganer, die gesagt haben, das ist zu fleischig, konsistent, brauche ich nicht. Ich nehme es an auf ein Kind, das auch nein gedrückt hat. War für uns gut oder Grund genug zu sagen, let's go with it. War das der Moment, wo ihr das Gefühl hattet, okay, da wird was draus? Oder wann war dieser Moment? Ich erinnere mich, bei mir mit Matthias, dem Foodtruck, haben wir gemerkt, es kommen Menschen wieder, die bestellen das Gleiche. Wir wussten, dass es denen schmeckt, weil es nicht auf einer Excel oder auf einer App ja, nein, sondern man hat sie im Gesicht gesehen. Und dann hatten wir so ein Gefühl, hey, da ist was drin. Wann war das für euch? Ich glaube schon, auch der Event hat viel ausgemacht. Die Gesichter von normalen Menschen, weil es ein Bahnhof ist. Es ist immer noch urban, es ist die Stadt Zürich. Aber es waren halt nicht so Leute, die eh schon, sagen wir mal, positiv auf Startups eingestellt sind. Es waren wirklich Leute, die essen und essen tut jeder zwei, drei, vier, fünfmal am Tag. Und das ist das Schöne, mit so einem Produkt, das hast du auch erlebt, die Gesichter zu sehen, das Feedback ist immediately. Und wenn sie zurückkommen, weißt du sowieso, es hat geschmeckt. Ja, ich glaube, für mich war früh klar, dass das irgendwie funktionieren muss. Vielleicht war auch viel Wunschdenken dabei, dass wir das irgendwie zum Fliegen kriegen müssen. Aber ich glaube, dieser Moment, wo wirklich so viele und so normalos auch, die das gegessen haben, die waren überhaupt nicht flexitarisch oder vegan, vegetarisch unterwegs. Und einfach probiert, hat geschmeckt, würde ich wieder kaufen, würde ich wieder essen. Dieser Start zeitlich war so um 2018 oder noch war das? Nee, das war 2019. Wir haben Anfang 2019 den Grant bekommen, also diese Pioneer Fellowship, genau. Und dann im Sommer gegründet, 2019. Wir machen jetzt auch immer im Sommer jedes Jahres unsere Birthday Party. Jubiläum. Alle Märkte zusammenkommen, genau. Das ist dann inzwischen recht eine Nummer. Im Sommer 2019 gegründet, ein paar Monate später die ersten sieben Millionen Seed Fundraising aufgenommen. Bis zum nächsten Mal.